servus youtube von internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge an schade 2 jammontis es geht hier sowohl zwei t furba tongchak das nächste ist das jammantaker kopf blablabla müssen wir jetzt mal eine weile wieder gehen wie es aussieht komm schon der sprung ist nicht schwer armbrust auf jeden fall mitnehmen weil die hat ordentlich reingeschippert scheint auf jeden fall besser gegen die zu sein wie auch in uncharted wirklich jeder hier so krass klettern kann so irgendwie voll crazy könnte ich nie mal so klettern so wo müssen wir dahin feuer ups das ist ja gar nicht gruselig ist der schatz jammantaker das ist das was ich meine kopfstatue mit blattgold ist das nächste so müssen wir erstmal wieder ein stück gehen was wir daneben schieben nee kopfstatue mit blattgold ist ja gar nicht gesehen dass da wurzeln waren boah ernsthaft und jetzt verschieße ich auch noch einen armbrustschuss das zeug fängt schnell feuer so wie dieses hat wie wärs nächstes mal mit einer warnung so eine scheiße was soll ich denn da hinschießen das ist wie noch ein rätsel so mag ich das auf geht's das kenne ich doch natürlich hier muss irgendwo der cintamani stein sein das sieht wunderschön aus das muss ein wirklich wichtiger aufgewesen sein jetzt fühlt er sich gespenstisch an ja die kommen bestimmt alle noch hier muss glaube ich irgendwo der schatz sein ja blattgold statuenkopf dann die fibula tuk tschok ok warum kann ich hier eine m4 mitnehmen ich meine irgendwo müssen hier noch in lasarewitsch seine leute auch sein wahrscheinlich tauchen die auch relativ schnell auf wir kriegen besuch wo vielleicht haben sie uns nicht gesehen die soldaten sind wirklich überall ich sehe sie mich oh jetzt sehe ich sie oh ja das gefällt mir immer ganz und gar nicht ich sehe sie noch mehr das ist nicht weg dort aber was für eine behinderte stelle auch noch mehr behindert kann saun nicht sein sofort wieder tot ja es dann wird die über dann dann aber Vorsicht! Alter! Und von hinten! Ey, es ist so übertrieben mit den Gegnern, es ist nicht mehr normal. Es fuckt mich so hardcore-mäßig ab, Alter. Ich raste hier gleich so aus. Das glaubt mir kein Mensch. Diese Missgeburten, Alter. Diesmal stirbt der auch gar nicht. Von wo? Das ist einfach viel zu wenig Munition, was man hier hat ohne Scheiß. Wenn ich es wieder durchspiele, ich werde sowas von unendliche Munition anschalten. Das ist mir so scheißegal. Das war's! Oh, Mann! Du kannst Du vor den Schrappern! Das war das, was du bei dirs! Bist du siehst. Oh, siehst du siehst! Ich hab deine Flasche gemacht. Ich hab dich auf. Ich hab die Flasche gemacht. Und du siehst! Und du siehst du siehst. Ich hab dich! Okay. Oh! Das ist der Wahnsinn, was der schlucken wird. Und noch mehr. Jetzt kommen auch noch welche von denen. Das ist der Wahnsinn. Oh, oh, oh. Ist es jetzt endlich mal fertig, Junge? So übertrieben. So übertrieben. Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Witzig. Okay, los geht's. Okay, und los geht's. Los! Da warst du etwas nah dran. Oh, natürlich. Natürlich. Ja doch. Easy, cheesy. So muss das laufen. So nicht anders. Alle so fette Hurensögel sind. Okay. Okay. Ach ja, macht mich das aggressiv. Okay. 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 Ich muss so aufpassen. Okay. Ich hab manchmal Wörter auf der Zunge. Okay. 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 This슬 Zunge rundes. Okay. 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 Wo ist der Schatz hier? Da oben. Wenn ich jetzt wieder da hinten anfangen muss, rast ich. Kurz davor gewesen. Kurz davor gewesen. Oh, wie fühlt sich das an? Okay. Vorsicht! Oh, noch 50 Gegner am besten. Das Feeble-Tock-Chuck. Ah, yeah. Ich bleib mal beim Granottenwürffer. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen hier. Auf jeden Fall noch weiter. Für den nächsten Schotziko. Der hat gesessen. Zum Glück habe ich den Granottenwürffer noch mitgenommen. Dann müssen wir wohl zu diesem Karsprung. Nehmen wir den Karren. Los geht's. So, wo genau ist das? Ungewöhnliche Bronzen-Moske. Dann das Marni-Juwel-Tock-Chuck. Das ist aber auch nochmal ein Stück weiter, glaube ich. Da ist er. Oh, Mist. Oh, Mist. Runter! Wo, 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 wo! Los geht's. Ich bin im Arsch. Man schießt auch noch dieser Neandertaler auf mich. Oh, das war in die Fresse rein. Hart in die Fresse. Ich bin im Arsch. Keine Muni mehr. Ich bin im Arsch bin ich. Auf, lauf, 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 lauf. Verstehe ich nicht. Es liegt hier so wenig Munition rum. Als ob diese Soldaten nicht mehr hätten. Willst du mich doch verarschen. Was zur Hülle ist jetzt explodiert? Und ich muss wieder alles machen. Alter, ich kotze ab. Da unten sind Aufwächter. Da unten sind Aufwächter. Er schießt sie. Und ichWhoa. Ich bin jetzt aufwächter. - Oh, das ist fantastisch. Oh, das ist fantastisch. Oh, das ist fantastisch. Alter, da kommen noch mehr. Okay. 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 Veintar! Okay. 糟 Auf den Wunnen! Es hört nicht auf! Nein, nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Das sind unendlich viele Gegner. Das sind unendlich viele Gegner. Das sind unendlich viele Gegner. Das hört nicht auf. Was ist das? Oh, oh! 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 Okay! Also das war jetzt wirklich die größte... Und jetzt kommen auch noch solche... Däp! Stimmt was ganz und gar nicht! Das sind doch noch solche kommen! Reinste Betrug! Weg! Nein! 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 Das war's für heute. Okay. Okay. Alles klar. Allergrößte Frechheit, was es geben wird. Diese Szene hier. Höchster Schwierigkeitsgrad muss diese Szene der absolute Alptraum sein. Aber wirklich der absolute Alptraum. Grausam. Munchie-Juwel. Das ist unglaublich. Viele Gegner, die das jetzt waren. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin. Haut rein. Euer Wolfgamer YouTube. Ciao.